Dritte Liga, der 1. FC Kaiserslautern empfängt Zwickau, die Partie endet 0 zu 0 unentschieden, aber es gab trotzdem einen in der interne C, den Yannick Bauchmann, fliegt in der 85. Minute mit Rot vom Platz, gerechtfertigte rote Karte in der Tabelle, Platz 13 und Platz 14 bei den Teams, Zwickau 13, Kaiserslautern 14, beide 32 Punkte, nur die Tour de France von Zwickau ist besser. Glückwunsch an beide, unentschieden bringt jetzt niemand so richtig was, beide sind mit unten drin, aber nicht so extrem drin, also es ist noch in Ordnung. Glückwunsch an beide.